Sagen wir mal, wer sind eigentlich diese ganzen Menschen auf diesen Plakaten in der Stadt? Ich glaube, das sind die Kandidierenden für die Landtagswahl. Ich finde, die sehen ganz nett aus. Die könnten wir doch mal einladen zum Grillen, oder? Meinst du, die geben ein gutes Partyvolk her, wenn wir genug Feuer machen? Bis zum nächsten Mal.